Und laufen dann wieder vorne rum. Und was haben wir denn hier für einen Gang? Achso, das ist, äh, okay, gar nichts. Also, wie ihr seht, ich war hier noch nie vorher in der Hölle. Hab das hier nicht vorbereitet oder sonst was. Ich bin hier gerade, ja, genauso reingestürzt wie ihr auch. So, erste Zuflucht ist geschaffen. Und, äh, ja, komm, wir gehen einfach auf die Suche jetzt hier. Und machen uns hier, ja, unser erstes Höhlenabenteuer. Kann man sich denn das machen? Kann man das craften oder? So, ich mach hier erstmal, dass wir wirklich schnell auch wieder fliehen können. Oh, wir können das eigentlich für einen Kamin benutzen. Aber das können wir von anders abbauen. Das ist wirklich das unwichtigste Material in Minecraft eigentlich geworden. So, ich mach hier erstmal so ein paar Brücken. Das, fuck, ja. Ne, das, falls wir irgendwie runterfallen. Dass wir dann, ja, so schnell wie möglich fliehen können. Wenn uns jetzt hier die Einwohner unangenehm werden. Also, irgendwie ist die Hölle hier sehr merkwürdig. Irgendwie schon, finde ich. Die ist so klein. Nicht so groß, wo man durchlaufen kann, wie ich die kenne. Vielleicht bin ich aber auch nicht up to date. Scheiße. Oh, was ist da hinten? Ist das Glowstone? Aha. Aha. Also, hier gehen wir lang lieber. Nicht da unten. Guten Tag. Slow Sand. Okay. Ich hab gar keine Ahnung von der Hölle. Also, doch schon, aber, ne. Von der neuen nicht. Seitdem diese ganzen, ja, Viecher dazugekommen sind. Bin ich hier nicht mehr gewesen. Es sind ja wirklich einige dazugekommen, wenn ich das jetzt richtig gemerkt habe. Also, was heißt Viecher? Äh, diese komischen Silberfische und sowas. Und als diese Festungen kamen. Seitdem bin ich nicht in der Hölle gewesen. Also, also, da bin ich nicht in der Hölle gewesen. Ich war nur vorher in der Hölle. So, jetzt hab ich's aber. So, wir bauen uns jetzt hier mal so'n Weg. Ach, ich mach hier erstmal alles weg. Das ist ja echt ätzend. Die ist so verwirrend, die Hölle. Das ist unglaublich. So. Der gerade gerülpst. Hast du gerülpst oder hast du gegrunzt? Also, ich glaub, du hast gerülpst, du Schweinchen. Ich greif dich aber nicht an, denn, ihr seid in der Überzahl. Das ist das Problem. Und ich werd mir hier so'n Weg durchbauen, damit ich auch mich nicht verlaufen kann. Jetzt nehm ich mein nächstes Hobby, äh, nach sinnlos schwätzen. Während man, äh, ja, spielt. Mich verlaufen. So. So können wir gar nicht vom Weg abkommen. Ich muss mich hier mal ein bisschen umgucken und kann dabei gar nicht so viel reden. Ist ja bis jetzt, ist es noch alles gleich geblieben wie damals. Alter Schwede. Okay. Wo, 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 wo gehen wir lang? Das ist jetzt die Frage. Links oder rechts? Ich geh mal erstmal kurz links gucken. Rechts waren wir nämlich schon. Okay, da ist Glowstone. Schon mal ziemlich weit unten. Das ist cool. Den holen wir uns auf jeden Fall. Alter. Und hier soll ich ne Festung finden? Wollt ihr mich verarschen? Okay, wir gehen auf jeden Fall hier links lang. Sozusagen. Das ist ja hardcore. Boah, hier mal aus. Krass. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen werde. Aber irgendwie werde ich's machen. So viel sei gesagt. Und ich pfeife mir jetzt hier ein Bonbon rein, aber das merkt ihr gar nicht. So. Der Stein, der ist natürlich echt hässlich. Den könnte man, wenn der wirklich gut aussehen würde, könnte man den natürlich richtig geil zum Bauen benutzen. Auch in der normalen Welt, aber... Also, ich weiß nicht, was man damit bauen könnte. Außer irgendwie einen unterirdischen Tempel oder sonst was. Was Besseres würde mir jetzt gar nicht einfallen. Weil der halt nicht so schön anzuschauen ist. So, und ich lasse sie jetzt schon hier zwischen den ganzen Cobblestones ein bisschen Platz, damit wir einfach welche sparen. Und ich will hier so eine ganz lange Line legen. So. Zack. Und hier, und hier, und hier. Und hier, und hier, und hier, und hier, und hier, und hier, und hier. Und hier, 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 und hier Alles klar. Ich mache hier mal so eine Wand hin, dass man so sieht, hier sind wir. Hier sind wir richtig. Vielleicht merkt man das ja dann, wenn man hier langläuft. Dann sieht man, oh, da ist die Wand. Ja, da müssen wir ja richtig sein. Alter Schwede. Ich sehe hier auch gar keine Gäste. Ich frage mich, wo die sind. Ei, ei, ei. Wir haben nichts Wichtiges dabei. Das heißt, ich kann jetzt hier mal, ne. Oh, Mann. Ich habe Angst. Und die Kobels, die gehen hier schon aus. Oh, oh, oh. So, ich hole uns hier mal ein paar weg. So. Zack. War doch richtig, dass man die damit abbaut, ne. Ja. War richtig. Sehr gut. So. So. Da kommt ja einiges zusammen. Ich höre doch die ganze Zeit diese komischen Dinger hier, diese Gäste. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ei, ei, ei. So. Zack. Flipp und Flipp. Alter. Das Dumme ist, dass man so viel davon gebrauchen kann von dem Zeug. Und wir deshalb hier alles mitnehmen werden. So. 24 noch. Alles klar. zack und so und so und so und so weißt bescheid ist ja echt hier einiges unterwegs nein du bist verbrannt schade das kann schon wieder das verbrannt von dem zeug das sollte einiges ergeben das geht also nicht schneller mit einem mit einer spitzhacke okay ich mache es trotzdem und jetzt haben wir drei mal 64 also fast vier mal 64 das ist ja cool aber ob ich hier irgendeine festung finde das bezweifle ich sehr da werde ich irgendwann mal den fly mode anschmeißen offline und dann mal ein bisschen schon mal erkunden weil sonst brauchen wir jahre hier mit play deswegen alter da kommt okay alter ist geleckt na los kommten es kommt na komm na der ist vorbei schönes schwein hier kommt fight fight komm 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 trau dich doch na komm na komm du lappen du kacklappen alter tschüss oh oh handy klingelt guest ist vor mir es brennt und ich muss hier weg alter kannst du nicht machen wir haben es ja noch überstanden das ist ja schon mal positiv so cool war eine coole sache mal da reinzugehen in die hölle und ich bin ziemlich leise also still in der hölle ne da rede ich nicht viel wie ihr gemerkt habt aber das behebt sich nachher zeit machen wir doch einfach jetzt mal ein paar wie heißen die eigentlich noch mal wie halt genau wie heißen die auf äh ja auf deutsch leuchtsteine glowstone hießen die genau 63 stück haben wir jetzt okay ich guck mal wie lange die aufnahme jetzt schon geht und vielleicht beende ich sie jetzt oder auch nicht ich sag schon mal